Musik Den Dr. André Mälzer schafft als Assistenzprofessor für Psychologie auf der Uni Lützebursch. Hier ist ein Direktor der Tüte für den Bachelor in der Psychologie. Dabei furchtet zu den Themen Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen für ihre Nutzung und Wirkung von interaktiven Medien. Er ist froh, ob die klassischen Stereotypen über Männer und Frauen evolutionsbedingt sind oder ob man sie durch Erzählung oder kulturelle Auflöse gelehrt hat, geht es heute besonders analysiert. Was ist typisch Mann oder was ist typisch Frau? Was sind die klassischen Geschlechterstereotypen, die man so kennt, und welche Probleme können sie mitzuspringen? Wie sieht die aktuelle Daten aus Lützebursch aus? Was ist die junge Lützebäuerinnen und Lützebäuer für Stereotypen in der Geschlechterrolle? Denn Dr. Melser hat sein Team und hat so ein großes Etüde gemacht, er präsentiere neue Resultate zu der Etüde Hashtag Let's Stereotype Urschzeng. Hallo, mein Name ist André Melser und ich freue mich, dass ich Ihnen in den nächsten Minuten unsere Forschung zu Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype vorstellen kann. Als Sozialpsychologe und Medienpsychologe an der Universität Luxemburg gehe ich seit einigen Jahren der Frage nach, wie wir über Geschlechter denken und welche Folgen dieses Denken hat. Meine Forschung in Luxemburg wird dabei vom Minister der Legalität Entre Les Femmes et Les Hommes unterstützt. In unserem Forschungsprojekt gehen wir einer ganzen Reihe von Fragen nach, von denen ich Ihnen hier einige vorstellen möchte. Welche Geschlechterbilder haben junge Menschen in Luxemburg? Welche Einstellungen und Erwartungen haben sie in Bezug auf die Geschlechter? Wie wirken Geschlechterstereotype? Und schließlich, welche Faktoren machen die jungen Menschen in Luxemburg für die Entwicklung von Geschlechterüberzeugung verantwortlich? Doch zunächst müssen wir uns einer zentralen Frage stellen. Warum ist Forschung in diesem Bereich überhaupt wichtig? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns etwas ganz Alltägliches anschauen, nämlich unsere Wahrnehmung. Unsere Welt und damit auch unsere soziale Welt stellt unsere Wahrnehmung und unser Denken vor eine gigantische Aufgabe. Wie bekommen wir es hin, die unzähligen Informationen, mit denen wir konfrontiert werden, so zu ordnen, dass sie für uns Sinn ergeben, dass die Welt übersichtlich und verständlich wird? Ein wichtiger Schritt dabei ist das Kategorisieren. Und genau das geschieht auch in Bezug auf die Geschlechter. Wir denken in Kategorien, deren Elemente sich typisch verhalten, also vergleichbar und charakteristisch. Es ist allerdings nicht so, dass Kategorisierungen der Geschlechter lediglich das Denken prägen. Vielmehr ist das, was wir den Geschlechtern als typisch zuordnen, häufig deutlich sichtbar und nimmt Einfluss auf unser Handeln. Wir sehen das Typische für uns beispielsweise in der Kleidung oder in dem Spielzeug von Jungen und Mädchen. Und nicht zuletzt haben wir immer noch Vorstellungen darüber, was ein typischer Frauen- bzw. Männerberuf ist. Das Erstaunliche an den sozialen Kategorien ist, dass unser geschlechtsbezogenes Denken automatisch aktiviert wird und uns selbst häufig gar nicht bewusst ist. In der Forschung bezeichnet der Begriff der Stereotype das Denken in sozialen Kategorien. Stereotype enthalten das, was wir als vermeintliches Wissen über eine soziale Gruppe gelernt haben, unsere Überzeugungen in Bezug auf diese Gruppe, aber auch unsere Erwartungen, wie sie sich typischerweise verhalten. Dabei sind Stereotype generalisierend. Das bedeutet, dass wir unser Wissen über eine soziale Gruppe auf sämtliche Mitglieder dieser Gruppe übertragen. Wir vernachlässigen daher Unterschiede und betonen Gemeinsamkeiten. Stereotype sind überaus einflussreich und beschränken sich keineswegs nur auf das Denken. Vielmehr sind sie hartnäckig und Menschen suchen nach Bestätigung ihrer Stereotypen Erwartung. Der Grund dafür liegt darin, dass Stereotype als eine Art Daumenregel funktionieren. Wenn wir nicht jeden Fall einzeln aufwendig prüfen wollen, sind solche Daumenregeln in unserem täglichen Leben zweifelsohne sinnvoll, da sie uns das Nachdenken ersparen und auch häufig zutreffen. Aber eben nicht immer. Ich habe dazu mal ein Beispiel aus der Forschung mitgebracht. Das zeigt, dass Stereotype nicht nur unser soziales Denken, sondern eben auch unser Verhalten beeinflussen. In einer berühmten Studie aus den 1970er Jahren wurde einigen Männern gesagt, sie würden gleich mit einer attraktiven Frau telefonieren. Tatsächlich verhielten sich diese Männer bei dem anschließenden Telefonat anregend, charmant und interessiert. Offenkundig löste das aktivierte Geschlechterstereotyp, wie verhalte ich mich einer attraktiven Frau gegenüber, bei ihnen das entsprechende Verhalten aus. Besonders interessant ist aber jedoch, dass die angerufene Frau ihr eigenes Kommunikationsverhalten anpasste. Auch sie verhielt sich diesen Männern gegenüber charmanter und interessierter. Mit anderen Worten, sie verhielt sich gemäß dem Stereotyp. Das bringt uns zu der Frage, welche Erwartungen wir bezüglich der Geschlechter haben. Und hier unterscheiden sich die Eigenschaften, die wir dafür als typisch erwarten. Frauen wird dabei unterstellt, emotional, einfühlsam und liebevoll zu sein, aber auch ängstlich, naiv und überempfindlich. Das Stereotyp des typischen Mannes kennzeichnet ihn als analytisch, logisch und praktisch, aber auch als überheblich, schroff und rücksichtslos. Eines der Probleme Stereotyper Erwartungen ist, dass sie sich beispielsweise an der statistischen Wirklichkeit orientieren und damit natürlich keineswegs immer zutreffen. Da tatsächlich mehr Männer in Führungspositionen sind, wird quasi automatisch erwartet, dass Personen in leitenden Funktionen Männer sind. Abweichungen von der statistischen Norm werden dabei als Ausnahme von der Regel betrachtet und individuelle Unterschiede vernachlässigt. Und wenn jemand sich nicht so verhält, wie es nach dem Geschlechterstereotyp erwartet wird, tendieren wir dazu, dieses Verhalten zu missbilligen. Eine durchsetzungsstarke Frau in einer Führungsposition gilt schnell als Mannsweib und wenig fraulich. Ein in der Crash oder im Kindergarten tätiger Mann wird schnell als Sonderling, mindestens aber nach wie vor als Ausnahme in einem typischen Frauenberuf gesehen. Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie solche Vorstellungen entstehen. Die Forschung betrachtet Geschlechterstereotype als Folge evolutionärer und soziokultureller Faktoren. Was bedeutet das? Schauen wir uns zunächst an, inwiefern unsere Vorfahren etwas mit der Entstehung unserer Vorstellungen zu den Geschlechtern zu tun haben. Aus evolutionstheoretischer Sicht sind die Geschlechterrollen Folge der verschiedenen urzeitlichen Herausforderungen an die Geschlechter. So galt es für beide Geschlechter, das Überleben zu sichern, aber auch die eigene Art zu erhalten. Bei Männern bedeutete das einerseits Wettkampf, also körperliche Auseinandersetzung und den Einsatz von Gewalt. Andererseits die Aufgabe, in schnellen sexuellen Beziehungen sicherzustellen, dass das Erbgut weitergegeben wird. Bei Frauen hingegen stand in der evolutionären Betrachtung die Pflege im Vordergrund. Und hier speziell Schwangerschaft, Geburt und Umsorgen des Nachwuchses. Im Vergleich zu Männern investieren Frauen natürlich mehr, aber wenig verwunderlich sind sie daher sexuell vorsichtiger und auf dauerhafte Beziehungen aus. Im Laufe der Evolution formten sich daraus die unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Strategien und nach dieser Theorie letztlich auch die Geschlechterrollen. Kommen wir nun zu der alternativen Betrachtung, dem sozialen Blick. Hier wird davon ausgegangen, dass die biologische Basis der Unterschiede zwischen den Geschlechtern massiven kulturellen Einflüssen unterliegt. Demnach erwerben wir Geschlechterrollen, entsprechendes Denken und Verhalten durch Beobachtung und Imitationslernen, dem sogenannten sozialen Lernen. Gleichzeitig lernen wir nach dieser Theorie, Verhalten abzulehnen, was nicht der Norm entspricht. Natürlich sind unsere Eltern, die Verwandten, unsere Freunde, unsere Lehrerinnen und Lehrer wichtige Quellen dieses sozialen Lernens. Aber auch Medien spielen hier eine große Rolle. Sei es, indem wir Geschlechterrollenmodellen im Film oder im Fernsehen begegnen. Oder sie uns in den sozialen Medien zeigen, was beispielsweise eine Frau am besten aussehen lässt oder welches Statussymbol einen Mann besonders cool erscheinen lässt. In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen übrigens die Folge unserer Reihe, in der meine Universitätskollegin Sylvie Kerscher Ihnen die Ergebnisse ihrer Forschung zur Darstellung der Geschlechter in luxemburgischen Schulbüchern berichtet. Nachdem ich Ihnen jetzt eine ganze Reihe an Hintergrundinformationen gegeben habe, wird es Zeit, Ihnen einige unserer Forschungsergebnisse zu berichten, die wir in der Kooperation mit dem Minister der Legalität Entre les Femmes et les Hommes in Luxemburg gewinnen konnten. Und damit komme ich auf die Fragestellung zurück, die ich Ihnen schon eingangs präsentiert hatte. Tatsächlich haben wir inzwischen eine ganze Reihe an Studien durchgeführt, von denen ich Ihnen eine etwas näher vorstellen möchte, die wir Hashtag Let's Stereotype 18 getauft haben. In dieser Studie, die in luxemburgischer, deutscher, portugiesischer und französischer Sprache online durchgeführt wurde, nahmen insgesamt 361 Personen teil. Davon gaben drei Viertel ein weibliches Geschlecht an. Aus den Ergebnissen möchte ich Ihnen die Befunde zu drei Fragestellungen vorstellen. Erstens, wie sehr stimmen die Befragten verschiedenen Geschlechterrollen zu? Zweitens, welche Lebensbereiche sehen Sie von diesen Stereotypen betroffen? Und drittens, welche Faktoren haben nach Meinung der Befragten einen Einfluss auf die Entstehung der Stereotype? Hier konnten wir zunächst einmal ein erfreuliches Ergebnis feststellen. Männer und Frauen unterscheiden sich fast nicht in der Zustimmung zu solchen Fragen, in denen es um Rollenbilder geht, die Tätigkeiten beschreiben, die beide Geschlechter gleichermaßen ausüben sollten, etwa bezüglich der Übernahme von Aufgaben im Haushalt. Deutlich anders sieht es hingegen aus, wenn es um traditionelle, geschlechtergebundene Rollen geht, etwa was die finanzielle Versorgung der Kinder angeht. Solchen Aussagen stimmen Männer deutlich stärker als Frauen zu. Interessant ist, dass sich die Befragten darin unterschieden, welcher Aussage sie insgesamt am stärksten zustimmten. So stimmten Frauen der Aussage am stärksten zu, dass Männer sexorientierter seien als Frauen. Bei Männern war hingegen die Meinung am ausgeprägtesten, dass manche Arten von Arbeit für Frauen nicht angemessen seien. Wir hatten in unserer Studie zusätzlich ein kleines Experiment eingebaut, in dem wir unseren Teilnehmenden einen von uns vorbereiteten Instagram-Post zeigten. Während die Hälfte der Teilnehmenden den Post mit der Darstellung Stereotyper Geschlechterrollen sah, die Frau bügelt, der Mann trinkt Bier, sah die andere Hälfte den Post in der Umkehrung der Geschlechterrollen. Hier bügelte der Mann und die Frau trank Bier. Alle Teilnehmenden wurden dann gefragt, wie sie sich beim Betrachten des Bildes fühlten. Wie die rechte Grafik zeigt, gab es keine großen Unterschiede in den Emotionen zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn sie das Instagram-Bild mit der umgekehrten Rollenverteilung gesehen hatten. Wurde jedoch der Post mit der Stereotypen-Rollendarstellung gezeigt, löste das bei den Teilnehmerinnen deutlich mehr negative Gefühle aus als bei den männlichen Teilnehmern. Offenkundig stören sich Frauen deutlich mehr als Männer an einem solchen Stereotypen-Rollenbild der Aufteilung von Tätigkeiten im Haushalt. Wir fragten unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem, welche Bereiche des täglichen Lebens sie wie stark durch Geschlechterstereotype beeinflusst sehen. Unter den verschiedenen Bereichen waren es lediglich die Karrierechancen, bei deren Beurteilung es Geschlechterunterschiede gab. Hier sahen sich unsere Teilnehmerinnen deutlich stärker als Männer durch Stereotype Rollenzuschreibung beeinflusst. Weitere Studien müssen zeigen, ob Frauen dieses Gefühl der Beeinflussung auch als Behinderung einer möglichen Karriere wahrnehmen. Schließlich wollten wir von den Befragten wissen, welche Faktoren Einfluss auf die eigenen Überzeugungen haben, was einen typischen Mann bzw. eine typische Frau ausmacht. Die Grafik zeigt, dass es Unterschiede in den Beurteilungen in drei der von uns genannten Kategorien gab. So waren die männlichen Teilnehmer stärker als die befragten Frauen davon überzeugt, dass ihr eigenes geschlechtsbezogenes Denken durch das Umfeld Schule und Arbeit beeinflusst wird und dass auch Videospiele dazu beitragen, was sie für typisch männlich bzw. typisch weiblich halten. Demgegenüber sahen die von uns befragten Teilnehmerinnen insbesondere die sozialen Medien als wichtige Einflussquelle für stereotypes Geschlechterdenken. Weitere Forschungsergebnisse aus unseren Studien sehen Sie in dem Beitrag von Miriam Linnea Hale, die derzeit ihre Doktorarbeit zu diesem Thema schreibt. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einmal die wesentlichen Punkte meines Vortrags zusammenfassen. Stereotype bezeichnen soziale Kategorien, also verallgemeinernde Einteilungen von Personen, denen wir typische Eigenschaften zuweisen. Geschlechterbezogene Stereotype beziehen sich auf das Denken, Fühlen und Handeln, was wir in diesem Zusammenhang Frauen und Männern als typisch zuordnen. Solche Stereotype sind vermutlich teilweise evolutionär entstanden, werden aber durch Lern- und Sozialisationsprozesse erheblich beeinflusst. Hier spielt die Umwelt eine große Rolle, allerdings auch die mediale Darstellung von Frauen und Männern. Unsere Forschung zeigt, dass die von uns befragten jungen Luxemburgerinnen und Luxemburger ein mehrheitlich egalitäres Geschlechterrollenbild haben. Trotzdem konnten wir in Bezug auf die Aufgabe der finanziellen Versorgung auch Geschlechterunterschiede feststellen. Hier scheinen die Frauen den Männern etwas voraus zu sein, die noch stärker am traditionellen Rollenbild des die Familie finanziell versorgenden Mannes hängen. Frauen befürchten hingegen stärker als Männer, dass Geschlechterstereotype die Karriere beeinflussen. Beide von uns befragten Geschlechter sehen dabei die Medien als wichtigen Einflussfaktor der Entstehung von Geschlechterstereotypen. Dabei konnten wir zeigen, dass Medieninhalte, die eine Stereotype-Rollenverteilung zeigen, emotionale Reaktionen hervorrufen, besonders bei denen, die sich durch die Darstellung herabgesetzt fühlen. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Vortrag zu Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen gefallen hat und danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Nachdem, wenn Dr. André Malzais gerade erklärt wird, wie die Stereotype von Jugendlöchern und jungen Erwursen zu Lützebüch ausgesehen, kommen wir die nächste Kelle zu der Madame Dr. Sylvie Kerger, der mir genäht Stereotype von Kanern und Schulkanern, respektive Schulbücher, wird ergehauen. intuitivus. Untertitelung des ZDF für Schlechter.